Hallöchen zusammen, da bin ich wieder. Ja, das war jetzt ein bisschen zu viel Elan. Im Gegensatz zur letzten Folge, es tut mir jetzt auch für die Leute leid, die sich jetzt gerade die Playlist angucken. Aber erstmal bis zum nächsten Morgen schlafen. Schon wieder aufstehen, ist doch blöd. So, okay. Na, der zum Besten. Der schläft erstmal. Ich habe jetzt mir eh was besorgt. Das läuft jetzt die ganze Zeit bei mir im Vordergrund vor mich hin. Und ich hoffe mal, es wird nicht auf der Aufnahme mit drauf sein. Und zwar habe ich mir eine kleine digitale Uhr organisiert, die jetzt auf meinem Bildschirm mitläuft. Nicht, dass das wieder passiert, dass ich hier Folgen aufnehme mit 53, 54 Minuten. Also, liebe Leute, es tut mir echt leid, aber das fällt bei mir aus. Also, das will ich nicht. Also, das will ich euch nicht antun. Euer armes Downloadvolumen. Also, nee. Also, das ist nicht meins. Also, das Problem ist ja schon alleine. Jede Folge bei mir, die hat so um die 300 Megabyte. Zwischen 300 bis 400, besser gesagt sogar. Kann auch teilweise sogar mehr als 400 sein. Kommt drauf an, wie viele Schrede. Und vor allem, wie lang die Folge ist. Und deswegen, um einen größeren Überblick zu verhalten, habe ich mir so eine kleine digitale Uhr geholt. Und wie gesagt, ich hoffe mal innenständig, dass das Programm die nicht mit einblendet. Weil wenn ja, habe ich die jetzt hier das erste und das letzte Mal auf diesem Bildschirm loben. Ansonsten läuft sie auf dem Nebenbildschirm weiter. So. Äh, ja. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Hatten wir noch ein Leveled-Up gemacht? Was ist das? Äh, ne, ne Karte. Oder, beziehungsweise, mein Inventar nennt sich das. Ach so, das war das. Ach so, die ganzen Module. E-Module hatten wir ja gefunden. Das war hier oben. Die anderen, da komme ich noch nie ran. Bis auf bei dem. Bei dem könnte ich vielleicht noch ankommen. Ne, 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 ne. Da kommen wir auch nie ran. Das ist ein Roboter. Den müssten wir besiegen. Ja, also an die Module kommen wir jetzt auch gerade nicht ran. Das finde ich ein bisschen schade. Für eine Handvoll Splitter, Steckbriefe. Ja, könnten wir weiter machen, aber ich glaube es eher weniger. Ein schneller Aufstieg. Okay, aktivieren wir mal das. Dann wird mir vielleicht angezeigt, zu wem ich nach alles hinrennen muss. Ach, genau da musste ich hin, zu Gunnar. Zu Gunnar. Nicht Gunnar, sondern Gunnar. Wir müssen Gunnar helfen. Ohne uns schafft das Gunnar nicht. Beziehungsweise ohne Gunnar schaffe ich's nicht. So, und bevor wir jetzt auf den Aufzug warten, machen wir Free Jump. Äh. Ja, ich hab's gemerkt. Ich war mit zu viel Elan ins Spiel gegangen. Oder? Ach, komm, wir klatschen da viel weg. Das muss dort weg. Das ist dort im Weg. Was noch Mühe da hab ich hier. Okay. Das Vieh ist gelenkiger als ich. Oh. Dann, wenn du hast das Vieh getötet, das ist auch schön. So, da haben wir den Aufstiegspunkt mal wieder gesichert. Finde ich gut so. Können wir mitarbeiten. Wie gesagt, erstmal zu Gunnar. Auch wenn wir jetzt hier eine kleine Nummer runterjumpen werden. Ich renne zu viel querfältig ein, kann das sein. Oh. Ein totes Tier. Ein toter Weißer. Ich find's extrem witzig, dass wir auch sehr, sehr viele tote Tiere finden. Und dann gehen wir mal links lang. Okay, nochmal einen Hüter hab ich. Dafür ist gezogen. Oh. Oh. So was the tower for? Okay, also der Gefährte, der macht mit seinen Elektro-Schock-Brisseleien definitiv mehr Damage als alle anderen, die ich bis jetzt dabei hatte. Ähm, mir gefällt es eigentlich nicht, dass hier alles in roten Bubblen zu sehen ist, aber... Sieh an, ein Neuer im Tal des Todes. Egal warum du hier bist, wenn du die Gelegenheit hast, kehr um! Ja, wieso denn? Wenn du das sagst... Es ist nur ein Rat, von einem Freund zum anderen. Du kannst froh sein, dass du zuerst auf uns getroffen bist. Andere würden dir keine Chance geben, wieder zu verschwinden. Hier kämpft jeder für sich. Du darfst niemandem trauen. Merk dir meine Worte. Vertraue niemandem. Besonders nicht uns. Ein Verwannter? Jetzt bist du dran! Ich bin ein Verwannter. Waren das nicht vor uns noch gerade in drei? Also die Verbanden sind nicht auf unserer Seite. Das finde ich ein bisschen schade. Obwohl die eigentlich ja... Unsere Rüstung getragen haben, zumindest der eine. Der andere? Was hat denn der für eine Rüstung getragen? Ich glaube auch unsere, oder? Ja. Okay, das fand ich jetzt ein bisschen schade. Hohes Risiko erkannt. Empfehle sofortiges Entfernen. Hohes Risiko? Sehe ich auch so. Aber wieso haben die mich hier unten angegriffen? Na gut, die sind jetzt nicht gerade so gut auf diese zu sprechen, die dort oben hausen. Mal sehen, ob wir sehen, ob wir noch welche finden. Aber auf jeden Fall definitiv noch mindestens eh Methodenschilde. Das ist ein komplettes Lager, der ver... Okay. Ich sehe es ein. Der spuckt mir zu sehr. Also... Also in diesem Tal gehen auf jeden Fall meine Teiltränke wieder morderisch drauf. Wo ist denn der? Boah, Glück gehabt ey. Meine Herren ey. Verbannter Toter, Elixit. Also wir haben hier ein Lager der Verbanden gefunden. Mit... Toten Verbanden. Also die haben... Das Tal nicht überlebt. Werden wir das Tal überleben? Das ist... Ich hoffe es mal. Beziehungsweise wir müssen hier. Um voranzukommen. Mana? Zettel? Ja, ich weiß, ich müsste mal die Zettel... Ich habe versucht, mich davor zu verstecken. Aber das blaue Zeug ist überall. Es ist Gift. Schlimmer als Gift. Schleichend verschwinde ich Stück für Stück. Jeden Tag wird die Haut bleicher. Analyse. Neues Objekt. Hinzufügen. Das kann ich gut gebrauchen. Oh, reines Elix erhalten. Also jetzt will ich wenigstens... Was er beim letzten Mal gesehen hat. Verbande. Ich habe das Gefühl, ich sollte noch nicht gerade drüber gehen. Ich bin aber auch der Meinung, ich sollte nicht hier sein. Aber erst mal alles ausleihen. Oh, ich kann mich sogar hinsetzen. Ja. Aber will ich aber jetzt nicht. Ich will erst mal alles ausleihen. Junge. Reiß dich. Okay, gegen das Vieh will ich eigentlich gar nicht kämpfen. Eigentlich, ich will überhaupt nicht gegen das Vieh kämpfen. Dich hole ich mir. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Du hast dich. Ich bin ein Engel. Ich schwebe und ich herum. Wir haben keine Verstärkung. Wir sind die Verstärkung. Keine Spur von den Eims. So, lag mir hier vorne jetzt noch irgendwo irgendwo? Eins, zwei, drei. Ja, okay, es waren alle drei. Und da gehen meine Heildrenge gerade ganz schön in den Bachrunde. Ja, trotzdem werden die Folgen an sich immer noch sehr unterschiedlich lang sein. Mal so und so viel, mal so und so viel. Ein Hackbogen. Ein gutes Messer. Okay, hier ist nichts mehr. Wir sind noch eins weiter hoch. Theoretisch müssten sie ja noch einen Anführer hier haben. Theoretisch müsste doch der hier unten sein, den wir auch schon verbannt haben, oder ne? Der gesagt hat, ich werde hier unten sterben. Aber wir wollen nicht ganz so ein Recht gehabt haben, ne? Ganz am Anfang. Guter Teller, guter Teller. Krug, 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 Krug. Was will ich mit so viel Krühen? Ist hier noch irgendwo hier was? Ne. Ah, hier sind viele Schlafstellen. Find ich mal gut. Oh. Auf jeden Fall will ich ihnen was. Die haben hier auch mindestens, mindestens einer von denen hat ja auch Elixit zu sich genommen. Deswegen wurde seine Haut blass und ihm wurde so komisch. Das Problem ist, wenn der Elixit zu sich genommen hat. Dann ist entweder ein Alp aus ihm geworden oder noch was noch Schlimmeres. Das war wohl nichts. Ja, also das stimmt. Hier, dann können wir den. Zu einfach. Was? Ja, so ne, das war nicht. Und dann zu einfach. Haut ja auch richtig auf die Kacke. Sprengrakete. Leider habe ich keine schwere Waffe. Felsassel. Nochmal ein Krug. Hochleistungssuppe. Geht unten auf jeden Fall noch hin. Sonst noch irgendwie was hier gewesen. Mit dem hat er Stuhl, wo man sich draufsetzen kann. Betrug, die wir schon geplündert haben. Eine Öllampe. Ein Fall. Und noch ein Krug. Wir haben ja, wir haben zu wenig Krüge in diesem Leben. Ich kann nicht glauben, für welchen Unsinn sich die Nachrichten mittlerweile hergeben. Ein Meteor. Als ob in den nächsten Monaten wirklich irgendwas passiert. Erstmal abwarten. Bald geben sie bekannt, dass es eine Fehlmeldung ist. Wir werden auf keinen Fall in Panik verfallen. Wir lassen die Kinder in der Schule. Heute Abend wird der ganze Spuk wieder vorbei sein. Ist hier noch irgendwie was? Krug. Krug. Und ein Krug. Und eine Fackel. Das wäre es aber auch erstmal soweit gewesen, oder? Da ist noch ein Gebäude. Gehen wir aber gleich hin. Lassen wir noch die Stelle hier untersuchen. Okay, geil. Also du machst mir echt Mut, oder? Der macht uns Mut? Okay. Das ist nämlich Oryk. Das ist Oryk, der ist Mana, muss fließen. Wobei? Wobei? Wo geht's denn da hin? Ich muss ehrlich sagen, ich will das noch gar nicht herausfinden. Jetzt bist du dran. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir rotten gerade das verbannten Land. Ja, komplett aus. Ich habe denen nichts getan. Und die wollen wir ans Lede. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist vom Spiel, oder ob ich irgendwie was vorgreife, oder irgendwas vergessen habe zu machen, um überhaupt mit denen zu reden. Oder reden zu können. Oder hätte ich erst selbst zum Verbannten werden müssen. Hätte ja auch sein können. Da hinten ist noch was. Wird aber nie ganz so hundertprozentig grafisch angezeigt. Da ist ja oben noch irgendeine Sprachaufnahme. Nö. Da wünschen wir auch nichts mehr. Nö. Ich will hier weggehen. So. Dann gucken wir mal weiter. Das Problem ist, da drüben war irgendwo ein Vieh. Das gefällt mir gar nicht. Und wir wollten ja eigentlich zu Gunnar. Richtig? Richtig. Ich bin auch der Meinung, wir sollten zu Gunnar jetzt so gehen. Das wird hier zu gefährlich. Okay, wir machen aber die Abkürzung nach unten. Bei den habe ich nämlich vorn schon von oben noch gesehen. Jetzt fühlen wir uns wie ein Berserker, weil wir eine Felsassel gedötet haben. Ich bin der Meinung, ich bin irgendwo verkehrt abgebogen. Oh, das wäre richtig gewesen. Mal gucken. Jo. Wir sind hier richtig. Wir müssen da oben hin. Also schön an dem Ehen-Vieh vorbei. Gefällt mir das gar nicht. Ich könnte ja auch mal den Bogen ausprobieren, oder? Oder nicht? Schade. Geschicklichkeit fehlt. Da. Hier sage ich jetzt mal so schön wieder. Bam, 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 bam. Geschicklichkeit müssen wir also ausbauen. Wir können versuchen, das Vieh dort unten zu flachen. Aber erst mal umgeben, das Vieh dort gefällt mir gar nicht. Du mach einfach mal durch hinten einen Ausflug, oder was? Oh. Oh. Ich bin der Meinung, wir sollten Gunnar's Tagebuch lesen, richtig? richtig. Richtig. Also ihr könnt es vor euch durchlesen, ich möchte es euch nicht vorlesen. Ich lese auch für mich selber gerne, aber ihr lest 100% schneller als ich Ich lese langsamer Ihr könnt es euch auch anhalten, das Video, um das durchzulesen Ich persönlich habe es mir jetzt überhaupt nie durchgelesen Werde ich wohl dann machen, wenn ich wieder die Aufnahmepause mache Aber wir können schon rein theoretisch wieder zurück Wir können ihn ausrichten Was ist denn das? Geiers Zorn erhalten Cool Zu einfach Trockenfleisch, kleiner Heiltrank, das ist immer gut Oh, sogar 6 Stück davon Dietrich Und Zigaretten, die werden verkauft Da kriegt man Geld Wir haben zwar erst mal gerade genug Gerade so genug Aber trotzdem Geld Und Küchenmesser brauchen wir unten Besen natürlich Sieht bestimmt auch gut aus, wenn ich mir dann zwischen die Beine haue und dann erstmal schön hier runter vom Dach segeln Energiezeilen Brennstoff Elex Oh, Axt Während der letzten Stunden ist überall Panik ausgebrochen Die Corporation hat ihnen einen Rettungstransport zur Verfügung gestellt Welcher sie und ihre Familie in Sicherheit bringen wird Ich sage es nicht gerne, aber die Straßen sind jetzt schon komplett verstopft Wenn die Leute herausbekommen, dass sie nicht sicher sind, wird auch hier Panik ausbrechen Es bleibt ihnen überlassen, wie sie vorgehen werden Lass mal wieder hauweiße Krühe Ja, über diese kleinen Kurzgeschichten oder Erzählungen oder so Das ist schon geil Also finde ich echt extrem gut Passt, macht schön viel Atmosphäre Natürlich mache ich das mit meinem Gelaber wieder kaputt Aber so ist es nun mal halt, ne? Panik kommt von Panik Machen So Ich will nochmal dort hoch Mal sehen, ob hier oben was ist Außer viel Holz Ich hoffe mal hier, dass nichts böse ist Nö Ja, weil hier oben nichts ist, oder was? Tja, der hat es ein bisschen hinter sich, aber Würde ich jetzt böse sein, würde ich sagen, wenigstens hat er vor seinem Tod noch eine gute Aussicht gehabt Der ist ja zu Tode gehungert Der ist ja zu Tode gehungert Deswegen Hm Ja, da ist es Ich bin Ja, da ist es Ja, da ist es Untertitelung des ZDF, 2020